Der Weihnachtsmarkt ist ein sehr wichtiges Element im Veranstaltungskalender von Bad Zwischenarm. Wir sind eine Gemeinde, die sehr viel Wert legt auf den CO2-Fußabdruck. Die Idee der Eisbahn ist schon seit fünf bis sechs Jahren im Ort thematisiert worden. Wir hatten die Vision, wir hatten die Idee und haben uns gesagt, das muss zu schaffen sein. Ich bin überrascht, dass hier doch zu dieser Zeit schon so viele Kinder hier so aktiv auf der Bahn sind. Die Leute stehen an der Seite, die trinken ein Glühwein, die essen eine regionale Spezialität. Sie können aber ihre Kinder anschauen, die über das Eis gleiten und Spaß haben. Wir sind extra heute aus Oldburg hergekommen, weil sonst gibt es hier in der Gegend ja auch keine Möglichkeiten, Eis zu laufen. Deshalb sind wir jetzt gerade mal hergekommen, um das einfach mal auszuprobieren, wie das hier ist. Mal auf nicht auf Eis zu fahren. Ja, zum Winter gehört ja ein Stück zu fahren. Das ist etwas anders, aber man gewöhnt sich schnell dran. Ja, es ist sehr gut hier zu fahren. Das Pferd ist sehr gut. Man fühlt sich jetzt ein bisschen schwerer los. Es ist einfach ein total schönes Gefühl. Hier vorne haben wir ja gleich das Bad Zwischenahner Meer. Wenn das verlässlich zugefroren wäre, bräuchten wir natürlich keine Eisbahn. Aber das ist so verlässlich nicht mehr der Fall und damit fehlt diese Attraktion. Was mich persönlich davon überzeugt hat, von Gleiset, dieses Produkt zu erwerben, ist, dass die Macher diese Eisbahn entwickelt haben für Sportler. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dann ist die Bahn praktisch fast besser, als wir sie eigentlich benötigen. Dieser Mix war einfach ideal. Wir haben Material, was zu 100 Prozent recycelbar ist. Wir haben keine laufenden Stromkosten. Wir haben keine laufenden Wasserkosten. Der Gewerbe- und Handelsverein hat diese Bahn ja käuflich erworben und wir werden dafür noch viele Möglichkeiten finden, die einzusetzen. Also die wird jetzt nicht eingelagert und ist zum nächsten Weihnachtsmarkt wieder rausgeholt. Die werden benutzt.